Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Hier bei der neuen Smoothie Patee, Partei, Paterie, Patisterie, Smootherei. Heute früh mache ich mir einen Bananen, ein Stück Ingwer und eine Quitte. Bananen, Ingwer, Quitte und nun die Blätter von der roten Beete. Von drei roten Beeten. Die einen sind ganz rot, mit roten Stielen hinein. Die sind von den roten Beeten hier, rote Gebete, abgeschnitten aus dem Garten. Und da kann es schon bleiben gewachsen. So, in der schönen Erde. Wasser dazu. Und nun wird Krach gemacht. Und dann wird Krach gemacht. So, ist ja ganz rot geworden, der Smoothie. Ja, ist ja rot. So, es ist schon Mittag, schon noch zwölf. Draußen ist leichter Schneeregen. Heute, 27. Oktober 2012. Dieser Tag wird nie wiederkommen. Zum Glück und auch nicht. Macht nichts. Also zum Wohl auf das Dasein und das Wegsein. Das hier und jetzt und das immer und das überall. Und das alles, was ist, sein. Zum Wohle. Vielen Dank.